Hallo zu einem ganz besonderen und exklusiven Online-Kurs, dem Kurs Reiten mit Halsring mit Grundlagen für ein gymnastizierendes Reiten am Halsring. Mein Name ist Tina Schumacher, ich bin Dressurreiterin bis zur Klasse S und habe mich in ganz, ganz unterschiedlichen reiterlichen Branchen weitergebildet und durfte da von ganz fantastischen Pferdemenschen lernen. Letztendlich ist mein Herz beim Reiten mit Halsring hängen geblieben und dazu habe ich für dich diesen Online-Kurs erstellt, in dem ich dir da meine besten Tools für ein einfaches, feines Nachreiten mitgeben möchte. Wenn du Einsteiger, aber auch Fortgeschrittener bist und dich für die gymnastizierende Arbeit am Halsring interessierst, sowie auch für die Balance im Pferdekörper und du wirklich Biegungen verstehen möchtest, aber natürlich gleichzeitig die Beziehung zu deinem Pferd intensivieren willst, dann ist dieser Kurs ganz genau richtig für dich. Der Kurs ist prall gefüllt mit leicht nachzureitenden und leicht umzusetzenden Praxistools. Wir begleiten mich in den Baustein zum Reiten mit Halsring, aber auch einen Einsteigerkurs, bei dem nochmal verdeutlicht wird, wie wir in das Reiten mit Halsring starten können. Wenn du noch das Bonusmaterial von fast einer Stunde Input mit dazu buchst, bekommst du einen Einblick in das Starten eines jungen Pferdes am Halsring. Das ist ein absoluter Tipp von mir, denn hier gebe ich auch über das Reiten mit Halsring hinaus noch ganz, ganz viele Tipps, wie du mit deinem Pferd zu einer besseren Partnerschaft finden kannst und mehr Balance im Pferdekörper erreichst. Wenn dich das interessiert, dann klick auf den Link unter diesem Video und ganz, ganz viel Freude beim Ansehen des Kurses. Ich wünsche dir eine wundervolle Weihnachtszeit und ganz viel Freude beim Beschenken.